Ich bin aus der Hölle raus und mach das. Und den hab ich jetzt gemacht. Weil ich hab das jetzt bei Margate, bei Godric, überall ist aktiviert. Und eigentlich hätte ich schon gedacht, dass gerade bei Godric zum Beispiel dann gerade viele Newcome oder sowas das machen. Aber vielleicht ist das Spiel auch zu alt mittlerweile. Also alt in Anführungsstrichen, dass halt keiner Hilfe braucht bei den Bossen. Das kann durchaus auch sein. Nee, da sammelt niemand. Oder auch beim Magma-Würm hier zum Beispiel, hätte ich jetzt vielleicht gedacht, dass da halt jemand Hilfe braucht. Vor allem, weil es da ja auch ein NPC gibt zum Sammeln. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. So, was machen wir jetzt Schönes? Äh. Muss man das Sammeln zu einem allerersten Pog aktivieren? Das ist aktiviert. Das hab ich aktiviert. Ich hab alle aktiviert. Also alle, die ich gesehen hab, äh, aktiviere ich immer sofort. Damit praktisch immer ich beschworen werden kann. Also aktivierst du auch, äh, immer diese Dinge in Ingeos. Das ist alles wieder resettet. Okay, jaja, also alle, wo ich sehe, aktiviere ich sie. Im ersten Playthrough hab ich sie nicht aktiviert irgendwann, weil ich nicht gecheckt hab, was die sollen, die Dinge. Ähm. Aber jetzt hier, sobald ich sie sehe, aktiviere ich sie. Damit praktisch dann die... Leute mich herbeirufen können. Ich finde nur, man kann sie manchmal relativ easy übersehen, finde ich. Also manchmal ist es total einfach, diese, äh, dieses Datum zu übersehen. Weil die auch nicht wirklich so einem Marker hinterlassen auf der Karte. Und du das halt nicht so wirklich siehst. Das wär cool, wenn die wie Leuchtfeuer nicht so einem Marker hinterlassen würden. Dass du siehst, aha, da ist hier was. Weißt du, was ich mein? Das würd's ein bisschen einfacher machen. Aber vielleicht seht es auch nur ich so. Das kann auch sein. Das kann auch sein, dass nur ich das so sehe. So, du kannst weg. Kalem Ruins. Oh. Hab ich mir noch gedacht, dass die explodieren. Muss man eigentlich stehen bleiben? Oder kann man dann da ganz normal weiterlaufen? Das check ich auch nicht so ganz. Weil als ihr mich beschworen habt, habt ihr gesagt, ich soll mal stehen bleiben zum Beispiel. Und soll nix machen. Das ist leichter. Ich hoffe, es fundamental. Aber wir sehen uns das wie Slummar im Vergleich zu denen. Aber ich will noch nicht die Missile. Oh. Aber ich bin ganz gut. Das ist nicht das. Ich bin jetzt halt ein Gefühl. Und dann hast du dich nicht. Oh. 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 Schade aus, dass man die Waffen nicht weiter upgraden kann. Also das... Weil die ist plus 10, glaube ich, ne? Ja. Ah. Ja, okay. Ich dachte, ich kriege noch gekillt vor, ja? Ich stelle mir gerade vor, in jedem Game kannst du plus 10 draufpacken. Noch das wäre witzig. Hättest du irgendwann eine Waffe, die alles, ähm, One-Killt. So, wo waren eigentlich... Wo war dieser große Drache eigentlich? Der war bei diesem Dragon-Borough-Dingens. Wo war denn das wieder? Das war da oben, glaube ich. Da war der Drache. Zu drei. Aber da falle ich runter. Das heißt, ich muss da oben lang. So. Okay. Jedes Mal. Egal welchen Playthrough ich mache. Jedes Mal falle ich hier drauf rein und falle unten fast runter. Jedes Mal. Könnte ich durchdrehen. Da gibt es die Map, aber die habe ich schon geholt. Also nicht in diesem Game, aber im Letzten. So, wo ist jetzt dieser große, paralysierte Drache? Okay. So, wo ist das? Das war's. Okay. So. Okay. So. Das war's. 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 Oh nein. Das war's. 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 auch einfach durch gerannt oder ich habe die einfach schneller gekillt bin ich mir gerade nicht sicher na gut aber kriegen ein paar seelen hier noch sehr schön wie ist das eigentlich wenn ich jetzt irgendwo hin beschworen werden und ich sterbe verliebe ich dann eigentlich meine seelen oder wie ist das persönlich meinstieg schafft die gargolz first try ohne geist beschworen willkommen im club wobei ich habe geist ich habe ein geist beschworen gehabt glaubt nicht nur wenn jemand eine welt eindringt dann dann verlierst okay ich war auch sehr nah an den gegnern dran ich konnte praktisch den atem der gargolz spüren auf meinem auf meinem gesicht ich habe sogar den letzten gargol gargol im 1v1 geschlagen ich bin mir sauber ich habe ich keine ich 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 ouch Du krarrst jeden Gangl nur in 1v1, bis der zweite kam, war bitte der erste schon putz Ja, möglich Ja, das kann durchaus sein Weißt du, ich kann mich an den Kampf nicht mehr so genau erinnern, der war relativ schnell vorbei Na klar, erwisch mich das Poison So, jetzt renne ich einfach durch Ich will nur wissen, ob es da Radagon Sorsil jetzt gibt oder was anderes So Kommen die eigentlich runter? Ja Kommen die alle einzeln runter? Ja, sie kommen alle einzeln runter, sehr gut Okay Aber ja, ist voll gut Was machst du jetzt eigentlich für ein Bild? Machst du jetzt eigentlich dann Weil du hast ja glaube ich noch ein paar Mal umgebaut dein Bild, oder? Hässliche Riesenratte Ne, ich rede von neuem Playstore mit neuem Char Ja, 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 aber was machst du denn für einen Aber was spielst du denn? Das meine ich Okay, man findet es tatsächlich nochmal Okay Da spiel ich gerade in dem Riesenkrumm Schwert Ach, das stimmt, das hast du gesagt, genau Das hast du gesagt, stimmt Der Bloodfang So, okay Dann Haben jetzt hier oben so ein bisschen angefangen Das wieder so halbherzig zu machen Aber ich will es jetzt unfertig machen Das heißt, das machen wir zum nächsten Dingens Das heißt, ich bin mit meiner Ausrüstung, den Spells eigentlich echt zufrieden gerade Ähm Es ist relativ arg das gleiche wieder Leider Aber insgesamt nicht schlecht Was wir hier machen können ist Wir könnten mal Ähm Gab es nicht auch einen Talisman, der Face erhöht? Lass mich raten Ich habe diesen Talisman nicht Äh Ich dachte, es gibt einen Eraser Strengths, Dex to Intelligence Ich dachte, es gibt auch einen Talisman, der Der Face erhöht Aber offensichtlich habe ich diesen Talisman nicht Na gut Dann müssen wir uns den Talisman auch nochmal besorgen Ähm Das wäre schön Weil dann können wir theoretisch drei Level machen Und könnten dann den nehmen Dann gibt es vielleicht auch plus fünf dazu Ähm Bei Face Das heißt, wir könnten dann Golden Wow casten Das wäre ganz witzig Und dann mal gucken, was wir sonst noch machen Auf jeden Fall Das war es dann für heute Mit dieser Session Das heißt, ich hoffe, ihr hattet Spaß Lieben Dank fürs Zuschauen Danke fürs Dabeisein In Richtung YouTube Und äh Ja Wir sehen uns in der nächsten Session wieder Bis dann Tschüss 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 Vielen Dank.